Da habe ich zum Beispiel mit den Immobilien, die ich in Berlin gekauft habe, zum Teil endlose Renditen erzielt, die man gar nicht messen kann, weil ich fast kein Eigenkapital eingesetzt habe. Ich bin großer Aktienfan. Zum Reich bleiben und auch für langfristige Sparpläne. Aber zum Reich werden, da ist doch Unternehmertum. Dr. Dr. Zittelmann, Sie haben nach Ihrer Tätigkeit als Journalist Ihr eigenes PR-Unternehmen gegründet, die Dr. Zittelmann PB GmbH und das bis 2016 zum größten PR-Beratungsunternehmen in der deutschen Immobilienbranche ausgebaut und dann auch verkauft. Heute sind Sie weiter Unternehmer und Investor und deswegen die Frage, wie sieht eigentlich Ihr eigenes Portfolio grob aus? Wie viel Prozent machen Immobilien, Aktien, Fonds und Währungen hier aus? Ja, da muss ich erst mal dazu sagen, dass jetzt mein Hauptziel über viele Jahre nicht mehr war, reich zu werden, weil ich ja reich bin, sondern reich zu bleiben. Das ist dann schon auch, hat gewisse Auswirkungen auf das Portfolio. Das ist auch nicht immer gleich. Das schwankt natürlich auch. Ich habe eine ganze Reihe Immobilien verkauft. Dadurch ist natürlich die Immobilienquote dann gesunken. Auch die Aktienkurse, die gehen auf und ab, sodass das jetzt keine konstante Geschichte ist. Aber so, ich kann mal die Hauptelemente trotzdem benennen. Also es ist so grob, obwohl ich viele Immobilien verkauft habe, immer noch etwa die Hälfte sind Immobilien in dem Portfolio. Obwohl ich, wie gesagt, sehr viel verkauft habe. Und die andere Hälfte, die besteht aus zum großen Teil aus Aktien und Anleihen und auch noch etwas Gold dabei. Das ist es dann schon. Also ich habe jetzt in dem Portfolio, finde ich zum Beispiel keine Kryptowährungen, keine Bitcoins, auch eine Menge andere Sachen nicht, die manche Leute haben. Sondern bei mir ist der Schwerpunkt Immobilien, Aktien, Anleihen. Und ich will jetzt was zum Thema Anleihen sagen, weil das wundert manche Leute vielleicht, weil Anleihen haben ja jahrelang keine oder sogar negativer Zinsungen gebracht. Und deswegen wundert manche, warum habe ich überhaupt Geld in Anleihen? Also das muss ich ein bisschen ausholen. Natürlich wäre der potenzielle Ertrag höher, wenn ich alles ausschließlich in Immobilien und Aktien angelegt hätte. Aber erstens ist dann natürlich das Risiko auch größer, weil ich gar keinen Puffer habe. Also die Volatilität, die wäre größer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal angenommen, ich hätte 100 Prozent in Aktien angelegt, wenn dann der Aktienmarkt einbricht um 40 Prozent, bricht auch mein Vermögen um 40 Prozent ein. Das ist eine Situation, die ich nicht will. Natürlich ist auch die Chance umgekehrt größer. Wenn der Aktienmarkt um 40 Prozent steigt, dann hätte ich auch 40 Prozent mehr. Aber diese hohe Volatilität, auch als sicherheitsorientierter Mensch, die wollte ich nicht. Der zweite Punkt ist, ich brauche ja auch Geld, sagen wir mal eine Liquidität, um eventuell auch mal andere Investitionen zu machen oder wenn eine gute Chance ist, auch mal nachzukaufen. Also zum Beispiel, wo Corona war, da war mal ein Rieseneinbruch am Aktienmarkt und das habe ich dann genutzt, um da dann im Aktienmarkt nachzukaufen. Das Geld muss ja irgendwo woher kommen. Und wo kommt es her? Also bei mir bestimmt nicht auf dem Bankkonto. Also ich kann auch keinen Menschen verstehen, der jetzt größere Beträge auf dem Bankkonto liegen hat, obwohl ich Leute kenne, die das machen. Größere Beträge meine ich jetzt Millionenbeträge, also nicht jetzt mal 100.000 oder so, sondern ich meine jetzt Millionenbeträge. Die würde ich jetzt nicht auf dem Bankkonto liegen lassen, weil letztlich Bankkonto heißt ja, du leihst der Bank Geld. Und wenn ich mir dann die Bilanz der Bank angucke und deren, sagen wir mal, Bonität anschaue, dann ist mir das doch so riskant, zum Beispiel der deutschen Bank ein paar Millionen zu leihen. Würde ich vielleicht machen, wenn die sagen würden, wir geben dir dafür 10 oder 15 Prozent, aber so ist es ja nicht. Du kriegst fast nichts dafür und leihst es jemandem, der im Prinzip eine schwache Bonität hat. Und dann sage ich, dann leih ich es lieber dem Staat, der eine bessere Bonität hat. Jetzt sagen ja manche, ja, ich habe das Geld auf der Bank und wenn die Pleite geht, wird die ja vom Staat gerettet. Also das finde ich ein bisschen um die Ecke gedacht. Ich habe einen, der hat eine bessere Bonität, der Staat, der andere eine schlechtere, die Bank und leih es dem mit der schlechteren, weil ich hoffe, wenn der pleite geht, wird er von dem mit der besseren Bonität gerettet. Also das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, ja, dann leih ich es doch gleich dem, der die bessere Bonität hat. Und das heißt, Staatsanleihen ist ja nichts anderes, als es dem Staat zu leihen gilt. Es ist natürlich das Problem, dass lange Zeit also die Renditen negativ waren in dem Bereich. Und dazu muss ich sagen, diese Anleihen dienen auch nur als Puffer und in dem Portfolio und halt als Liquiditätsreserve. Die haben jetzt nicht die Aufgabe, das Vermögen zu vermehren. Das ist also auch ein Irrtum. Das ist sowieso nach Inflation ganz selten nur möglich, dass man also mit Anleihen jetzt das Vermögen vermehrt. Da muss man schon in andere Assetklassen gehen, also zum Beispiel Aktien oder Immobilien. Nee, das dient halt als Puffer. Und jetzt war das so lange auch kein großes Problem wie die Inflation. Die war ja lange Zeit so zwischen 0 und 2 Prozent gewesen. Und da ist das zumindest auf kurze Zeit kein großes Problem. Jetzt, wo die Inflation höher war, vorübergehend, ist natürlich ein Riesenproblem, wenn Sie das in Anleihen haben. Deswegen habe ich jetzt einen Teil auch in inflationsindexierte Anleihen. Oder inzwischen ist es sogar so, dass mein gesamter Anleihenbestand inflationsindexiert ist. Das ist jetzt eine sehr komplizierte Anlageart. Deswegen darf ich mal vielleicht ein bisschen Reklame machen für einen Kurs, den ich jetzt gerade neu rausbringe am 4. Januar. Und zwar, wenn man also zittlmann-freiheit.de, zittlmann-freiheit.de, da findet man eine Masterclass über finanzielle Freiheit. Und da erkläre ich auch die Sache mit den inflationsindexierten Anleihen. Warum Anleihen überhaupt? Portfolio-Fragen. Das wird da also in einem Videokurs, das sind zweimal vier Stunden, also acht Stunden insgesamt. Und noch Begleitmaterialien und, und, und. Da gehe ich ausführlicher drauf ein, als ich das jetzt in so einem Interview kann. Was ich nur sagen will, also die Hauptkomponenten Immobilien, Aktien, Anleihen. Und Anleihen ist das, was man eigentlich nur näher erklären muss, weil das jetzt klug ist, in Immobilien und in Aktien zu investieren. Ich glaube, da gibt es nicht so allzu viele Leute, die das bestreiten würden. Gold habe ich auch. Ich habe das Gold, genau jetzt ist 20 Jahre her, habe ich doch einige Kilo Gold gekauft. Das Kilo hat damals zwischen 10.000 und 14.000 Euro gekostet. Das ist jetzt so irgendwo bei knapp unter 60.000 Euro. War also auch keine verkehrte Entscheidung, dass ich da damals Gold habe. Aber das Gold ist für mich nur eine Versicherung für den Fall, dass man so einen ultimativen Finanzcrash hat. Dann will ich ja nicht irgendwo am Schluss nicht, dass ich dann auch noch Bürgergeld beantragen muss oder so. Da will ich ja auch vermögend bleiben. Und da ist ganz gut, wenn man als Reserve praktisch so als Versicherung dann Gold noch hat. Und ihr neues Produkt auf zittelmann-freiheit.de haben wir auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kann man sich heute schon anmelden. Das Produkt geht, wie gesagt, morgen dann online und ist für alle, was die an finanzieller Freiheit interessiert sind. Ich bin mal sehr gespannt, was hier die Leute dazu sagen. Ich wollte Sie jetzt noch fragen und bei Ihrer Portfolio-Strategie mit diesem Portfolio, was Sie gerade beschrieben haben. Ist das zum Beispiel ein Buy and Hold, was Sie da betreiben, wie der Warren Buffett? Oder gehen Sie da vielleicht ein bisschen anders vor? Nein, nein, ich bin also jemand, der der Meinung ist, den größten Teil der Zeit ist es für den Investor das Beste überhaupt nichts zu tun. Gar nichts zu machen. Null. Einfach nichts zu machen. Ich mache also ganz wenige. Der Irrtum der Leute ist, dass sie so, denke ich, muss da vorm Computer sitzen und da handeln und trade und da Krypto und Aktien rauf und runter. Also das ist eine gute Möglichkeit, im Arm zu werden. Nein, ich bin tatsächlich ein Buy and Hold Mensch, der sehr, sehr wenig nur macht, meistens passiv. Ich habe, wie gesagt, dann mal einen Teil der Immobilien verkauft nach zehn Jahren Haltedauer, weil es auch nach zehn Jahren steuerfrei ist. Das habe ich mal gemacht. Ich habe auch mal bei Aktien, ich habe auch so einen Sparplan. Ja, kann ich vielleicht auch mal sagen, ja, Sparplan. Ich habe einen Freund, Gerd Kommer, werden auch vielleicht die einen oder anderen kennen. Das ist so der ETF-Spezialist. Den bin ich auch befreundet und er hat jetzt auch so einen Fonds aufgelegt. Da habe ich also auch einen Sparplan, wo ich den Fonds investiere. Und das heißt, aber das ist auch ein Automatismus. Da geht von den Mieteinnahmen, geht halt jeden Monat dann ein bestimmter Betrag dahin. Aber ich bin also jetzt nicht der, der aktiv hin und her. Ich habe auch einen Aktienbereich, muss ich zugeben. Ich glaube, dass die meisten Leute, die also mit Einzelaktien hin und her machen, dass die da nicht unbedingt erfolgreich sind. Deswegen bin ich doch jemand eher passiv. Also das heißt, ETF, ich habe da einen Fonds, der weltweit praktisch auf dem Weltindex, auf dem MSCI World geht, ein ETF. Und da ist also das Großteil vom Geld drin, was ich im Aktienbereich habe. Okay. Und wie viel Prozent dürfen Aktien beziehungsweise ETFs bei Ihnen im Portfolio maximal ausmachen? Und ändert sich das vielleicht im Laufe der Zeit? Ja, natürlich ändert sich das auch mit dem, wenn ich dann Immobilien verkaufe, wird es dann relativ durch mehr. Wenn die Aktien dann rauf oder runter gehen, wird es auch mal mehr oder weniger. Also ich habe da jetzt keine fixe Größe, aber ich kann mal so sagen, über den Daumen gepeilt würde ich sagen, was ist es so, vielleicht die Hälfte Immobilien, ein Viertel Aktien und ein Viertel Anleihen. So ungefähr, das ist mal mehr und mal weniger, aber nur so von der Größenordnung her gesehen. Okay. Und dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. Welche Zielrendite haben Sie denn eigentlich bei Ihrem Portfolio und wie bewerten Sie die Performance davon? Ich habe jetzt keine feste Zielrendite. Ich habe ja gesagt, es gibt Bereiche im Immobilienbereich, da habe ich also zum Beispiel mit den Immobilien, die ich in Berlin gekauft habe, zum Teil endlose Renditen erzielt, die man gar nicht messen kann. Also weil ich fast kein Eigenkapital eingesetzt habe und dann das vervielfacht habe oder habe dann hohe Renditen im hohen zweistelligen Bereich erzielt. Es gibt aber natürlich auch Investments, wo ich ganz negative Renditen erzielt habe. Also ein Beispiel, ich bin in einem Fonds investiert, der in amerikanische Gewerbeimmobilien investiert. Das ist auch ein Freund von mir, der den Fonds aufgelegt hat. Ich schätze den auch sehr. Habe in der Vergangenheit auch mit den Investments zweistellige Renditen erlebt. Es gab aber Folgendes. Jetzt kamen zwei Dinge zusammen. Erstmal die erhöhten Zinsen in den USA auch. Die haben dazu geführt, dass einfach die Bewertungen sich verändert haben, dass die Multiplikatoren ganz massiv gesunken sind. Und danach Corona. Es sind also viele nicht an den Büroarbeitsplatz zurückgekehrt, sodass da auch im Büromarkt eine sehr negative Situation war. Und zum Teil Leerstände und zum Teil auch andere Mietansätze. Ja, da hat das Portfolio ungefähr, sagen wir, auf der Immobilienebene 25% an Wert verloren. Da das aber geleveraged war mit 50% Fremdkapital, ist natürlich aus den 25% sind dann 50% geworden. Sodass das jetzt zum Beispiel konkret ein Fonds ist. Da hatte ich mal 6,2 Millionen drin und es sind jetzt noch zurück mal 8 Millionen drin ungefähr. Also auch sowas passiert. Also da ist alles in dem Portfolio möglich von unendlich und hohen zweistelligen Renditen bis zur Halbierung des Geldes. Wichtig ist, dass es unterm Strich halt gut ist. Sehr spannend, sehr spannend. Und damit kommen wir schon zur letzten Frage. Welche Chancen sehen Sie denn 2024 für Immobilieninvestoren und Privatanleger im Allgemeinen? Also Immobilien war ich ja lange Zeit der Meinung, eher verkaufen, aber auf keinen Fall kaufen. Jetzt bin ich der Meinung, ist durch die doch stark gesunkenen Faktoren in vielen Städten kann man sich wieder umschauen und gibt es also wieder Gelegenheiten zu kaufen. Ob das dann zu früh ist oder nicht, das weiß man erst im Nachhinein. Aber ich sage mal, es gibt so drei Phasen bei mir. Die erste Phase war Anfang der 2000er Jahre bis ungefähr 2015. Da habe ich gesagt, vielleicht noch ein bisschen früher, 2015, also 2000 bis 2010, 15 ungefähr. Da habe ich gesagt, Immobilien kaufen, besonders in Berlin. War mein ganz klarer, habe ich 10, 15 Jahre lang propagiert. Und ich glaube, wer dem gefolgt ist, der ist gut mitgefahren. Ich selbst bin gut mitgefahren. Ich habe also keine einzige Immobilie in Berlin für weniger als das Vierfache dessen verkauft, als ich eingekauft habe. Dann gab es eine Phase, da habe ich gesagt, eher verkaufen Immobilien. Ich habe abgeraten zu kaufen. Ich habe gesagt, es ist so teuer, auf keinen Fall kaufen, verkaufen. Und das, was ich sage, mache ich dann auch immer selbst. Ich habe dann auch selbst verkauft, nicht alles, aber halt eine Menge habe ich verkauft. Jetzt ist die Phase 3, wo ich sage, weder sage einfach, super, kannst fast blind kaufen, noch wo ich sage, stopp, kein Kaufen. Und ich sage, jetzt ist die Zeit vom Differenzierten. Schau dich um, guck, jetzt kann es Gelegenheiten geben, weil die Preise sind doch in manchen Städten gesunken. Andererseits gibt es weiter, gibt es jetzt aufgrund des hohen Nachfrageüberhandes. Und weil kaum mehr was gebaut wird, gibt es auch weiter steigende Mieten, sodass diese Situation von steigenden Mieten auf der einen Seite plus sinkende Kaufpreise auf der anderen Seite wieder Chancen eröffnet. Aber auch dazu, wer also mehr darüber wissen will, wir haben ja hier ein kurzes Interview, ich will es jetzt nochmal nutzen, zittlmann-freiheit.de, da ist also ein langer Abschnitt auch drin, wo es dann genau über Immobilien geht. Aber es ist mir auch deswegen wichtig, weil es gibt so Leute, das sind oft Leute, ich habe nichts gegen die, aber die sind natürlich Voreignung, die in bestimmten Bereichen ihr Geld verdienen. Wenn es ein Immobilienmakler ist, dann ist der tendenziell immer so, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu kaufen. So ähnlich wie wenn du zum Friseur gehst, der wird dir auch nicht sagen, also deine Friseur ist in Ordnung, geh mal nach Hause, sondern der wird dir in der Regel einen Haarschnitt empfehlen. Und wenn du zum Aktienbroker gehst, wird er auch in der Regel nicht sagen, bleib weg, das ist ein schlechter Zeitpunkt, sondern in der Regel wird er sagen, da habe ich was für dich. Und das ist ähnlich wie bei einem Immobilienmakler. Ich bin jetzt da unabhängig und glaube auch, dass ich dadurch glaubwürdiger bin als Experte. Weil ich meine, wenn mir einer immer sagt, jetzt ist es richtig zu kaufen, dann scheint da doch irgendwo seine Eigeninteressenlage, die scheint dann da ziemlich stark durch. Und deswegen, ich hatte jetzt gerade so eine Frage gehabt, auch in einem Interview, da hat mich einer gefragt, was ist ihr Lieblingsinvestment? Dann habe ich gesagt, wenn jetzt schon einer ein Lieblingsinvestment hat, dann bin ich schon da skeptisch, weil der hat dann offenbar eine zu emotionale Beziehung. Also ich liebe Immobilien. Also ich liebe Immobilien dann, wenn es ein guter Zeitpunkt ist, die Immobilien zu kaufen. Aber ich liebe sie nicht, wenn es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, zu verkaufen. Ich liebe Aktien. Das sind alles so emotionale Dinge. Ich finde, man sollte die Emotionen, soweit einem das gelingt, versuchen, das rauszulassen. Und deswegen, also es ist schon eine Wissenschaft für sich, aber ich will trotzdem noch eine wichtige Botschaft anfügen. Ich glaube generell nicht, dass die meisten Menschen durch Investments irgendeiner Art reich werden. Weder Aktien, Immobilien, Gold, Krypto, was weiß ich. Sondern die meisten Menschen werden reich durch Unternehmertum. Das können Sie auch sehen, wenn Sie sich die Listen anschauen. Der reichsten Deutschen, nehmen wir mal die weg, die geerbt haben, von denen kann man nichts lernen. Sondern die, die self-made jetzt. Dann sind das alles Unternehmer praktisch. Zeigen Sie mir mal denen, der durch jetzt passive Aktieninvestments oder so wirklich reich geworden sind. Ich bin großer Aktienfan. Zum reich bleiben. Und auch für langfristige Sparpläne. Aber zum reich werden, da ist doch Unternehmertum. Das sehen Sie auch, wir haben gesprochen über die reichsten Menschen der Welt im anderen Video. Wenn Sie sich das mal überlegen, gucken die Liste an die reichsten Menschen der Welt. Das sind alles Unternehmer. Das sind alles Leute, die durch Unternehmertum reich geworden sind. Wie Sergei Prin, Larry Page mit Google. Wie Jeff Bezos mit Amazon. Wie Bill Gates mit Microsoft. Wie Elon Musk mit SpaceX und Tesla. Also das sind auch in Deutschland die Leute. Wie der Schwarzen mit Lidl und so weiter. Leute, die durch Unternehmertum reich geworden sind. Da wird immer dann gesagt, ja, aber da gibt es den Warren Buffett, der ist doch durch Aktien reich geworden. Auch der Buffett ist unternehmerisch reich geworden. Das ist kein typischer passiver Aktieninvestor. Da könnte man noch eine Menge zu sagen. Aber selbst wenn Sie den als Ausnahmung akzeptieren würden, machen Sie wirklich mal zum Spaß. Gucken Sie sich mal an die Liste der 100 reichsten Deutschen und die Liste der 100 reichsten Menschen der Welt. Und dann schreiben Sie immer daneben, wodurch ist der reich geworden. Und dann überlegen Sie mal, wenn die meisten als Unternehmer reich geworden sind, dann ist doch die logische Konsequenz, dass wenn sie reich werden wollen, dass sie eher über Unternehmertum nachdenken sollen, als ich sitze hier den ganzen Tag vorm Bildschirm und gucke irgendwie, welche Kryptowährungen sind gerade die besten. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Unternehmertum ist der Weg, um das Kapital aufzubauen, um es dann meiner Meinung nach auch langfristig in Aktien, in Anlageprodukte umzuschichten, die Erträge daraus. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Dr. Zettelmann, und für Ihre persönlichen Einblicke hier an dieser Stelle. Herzlichen Dank.